so gleicher raum weiter geht und ja meine zufällige trecke kommt dran und es ist die various goldmine das kann ich mir vorstellen dass die italiener und der schmutz hier in dem raum ihren spaß mit uns haben und wir müssen jetzt mal versuchen den ernsthaft ernsthaft gefährlich zu werden das kommt nicht mal schauen auch kann es sein dass wenn man sich wirklich an den start von marika tour gewöhnt dass man probleme hat bei marika 8 deluxe den start zu schaffen zwei mal hintereinander den start zu hauen das einzige marika was ich nebenbei zocke ist halt auf dem handy das marika tourne schmutz ist schon wieder auf 1 auf 2 ja ach so der andere italiener ist auf auf 1 gut da wäre es jetzt cleverer gewesen wahrscheinlich die grüne wegzuschmeißen ich weiß nicht anzufangen gerade mit der feuerblume wir bräuchten meine exx war die damit locken können war ja aber ach shit ich dachte unsere feuerblume wäre immer noch aktiv und dann schmeiße ich die greens weg und wir haben fast wieder selbst davon getroffen und ach komm schon ja 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 ne 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 und dann noch mehr keine ahnung er gibt die auf zwei die tröte auf jetzt haben wir selber eine tröte ich trau mich nicht ja als ob die uns weggeschopft wird die war eigentlich für den schmutz bestimmt mut aber wir sind nah an den beiden dran konnte die blocken und die blocken wir snipen ihn nein das war ja total schlecht gut sie nahe sind er auch das doppelte item geben empfällt das war's jetzt kommt die rote ja 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 war ja klar blusche wo hat uns nicht getroffen die bananen auf dem zweiten wieder noch was ich glaube nicht das wird nichts mehr war's war die ganze zeit vorne so in beiden mit denen dabei aber wir konnten den nie wirklich irgendwie gefährlich werden halt da wenn es jetzt nur noch so 16 punkte weiß nicht 16 17 maximal 18 punkte plus gibt ja das ist mit den leuten los die über 99.000 oder weiß ich nicht allein schon die leute über 50.000 punkte haben aber hat man ja letztens gesehen der letzte woche da haben wir ja zwei neue kennengelernt die dann mit uns mitgespielt haben die dann auch über 50.000 punkte und hatten einfach mal was hatten die 1200 1300 spielstunden läuft läuft wir müssen uns einfach mal ein bisschen weiter weiter zurücklehnen entspannen und dann trotzdem weiterhin nicht erster werden so ist der plan zurücklehnen entspannen und weiterhin nicht erster werden die 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 den cut da echt ziehen ja der schmutz scheint das zu können man kann ja diese ja was heißt cut aber man kann ja so ein bisschen über neben der röhre über die wiese da abkürzen und das schafft man kann man sogar schaffen ohne pilz einzusetzen ohne dass man dadurch dann langsamer wird auf jeden fall mal in irgendeinem geist rennen gesehen es hat auch irgendeiner mit morden ich glaube mit morden gemacht und einem komischen kart was ich aber auch nicht kenne und das wirklich an dem an dem preset liegt dass sie das dass sie es schaffen oder ob man das auch mit so einem bike und mit dem joshibike und dem link machen kann wie ich das hier gerade benutze habe ich keine ahnung aber bin ich schon bin ich schon beeindruckend auch kommen mit der banane mit der banane hatte ich eigentlich großes vor und er klaut mir die einfach diese alle pilze und was weiß ich nicht was bekommen und den cut ziehen können und ich bekomme einfach nur mal so ein bummerang so eine blusche wäre nicht schlecht und eine blusche ach komm auf 3 auf 32 bananen jetzt mal so ein dreier pilz und die blusche ist geil okay das ist bitter wir haben echt die drei pilze bekommen und die blusche schlägt einfach bei eben kurz vor der ziellinie ein viel zu verdient der sieg so bedankt mag ich auch nicht müde city will der wipfel weg lasst uns warten während die anderen noch ihre strecken auswählen hey guck mal dass wir spielen mit michael jackson ist ja krass ich dachte der wäre tot heißt auch so mj ja deutscher jetzt sind wir erster geworden ich habe gar nicht darauf geachtet wie viele punkte wir jetzt plus bekommen haben aber wahrscheinlich auch wieder nur so 18 rum jetzt aber noch mal kein fehlstart okay es war kein fehlstart es war aber auch kein guter start gut die beiden streiten sich da schon mal ne 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 oh gott oh gott wie der queen hier umherspringt ich hätte wieder schwören können dass es uns trifft na viel zu langsam ich weiß ich hätte doch über die rampe fahren können mit dem pilz aber ich habe angst vor seiner green shell oh gott und jetzt bekommen wir auf zwei nur eine münze cool auch nur eine green shell fliegt ja der penner gut dass ich das so gesehen habe wie ihr einfach auch auf die map achtet und direkt stehen bleibt wenn er wenn er die blüschel sieht hatte zwar nicht so viel gebracht dass wir auch so gesehen zurückgefahren sind aber egal ich habe mich schon in der in der green shell von neben davor eigentlich gesehen aber dann ziehen wir einfach mal einen pilz mit dem wir aufholen also was heißt aufholen aber nach vorne also ein platz gut machen können und er zieht direkt die 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 tröte und die pilze nein keine pilze dann müssen wir auf die random greens hoffen sogar den deutschen getroffen nein die geht nicht auf uns oder nein wird das auch okay bloß kein metro bloß kein metro und dann Die ganzen Italiener wählen wieder Metro Nein, 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 bloß nicht Ah, Regenbogen ist halt auch kacke 90.999 So So Nee, der hat extra abgebremst, ne? Wow Bremst man da in der ersten Kurve echt schon ab, damit man die zweite besser nehmen kann? Oder warum? Doch, der hat doch hundertprozentig abgebremst Hier Nein Drüte Was wollen wir damit? Haben wir ihn getroffen? Nee, natürlich nicht Gibt es aber sein Item mit der Drüte ab, als ob jetzt das Red kommt Hm Da waren wir wieder ein bisschen zu gierig Shit Ah Ja, wo setzen wir die jetzt hier am besten ein? Es gibt nirgendwo eine gute Gerade, wo man die Blume wild um sich werfen könnte Egal, wir bekommen wenigstens das doppelte Item Immerhin Nein Ach komm Komm aber halt auch nicht vor Wir kommen aber halt auch einfach nicht vor Wow Wow Bekomme ich die ganzen Pilze, die ich in der Strecke davor gebrauchen konnte, ne? Man, man kann doch hier nichts mit Pilzen anfangen Nein, als ob der Sind wir schon wieder als Vierter hinter den Dreien Immer das gleiche Was irgendwie so meistens der Fall ist, ja Jedes Mal Schmutz Dieser Bit und dieser Bummer Die machen das Meistens Unter deren drei machen jetzt da vorne meistens aus Und wir hängen immer dahinter, ey Ah, bitter Bidip 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 wohl joshis piste fahren wollen auch eine gute strecke ja als ob alle außer ich joshis piste wählen jetzt kommt große drachenmauer das wäre lustig schade da da und da du 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 Fliegel, oder? Ja, 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 ja. Geh weg. Nein, kein Item. Nein, jetzt kriegen wir doch die Grüne ab. Ja, die fahren da alle ohne Pilz lang. Wie geht das? Ich hab das auch mal ausprobiert, man. Ich werde da jedes Mal einfach langsamer. Ich dachte, das Red geht auf den hinter uns. Der hat einen Pilz in der Hand. Das zerstören wir ihm direkt erst mal. Schau. Soll er nochmal den Pilz einsetzen. Hau ab. Er dürfte eigentlich kein Item bekommen haben. Komm, jetzt eine Rote. Eine Rote wäre cool. Ah, sterbt. Oh nein, die Grüne. Die ist schon wiederkommen. Nehmen wir ihm mal ab, die... Oh, yo. Okay, ich wollte gerade sagen, da... Huch. Hat mir eigentlich die Grüne besser gefallen als die drei Bananen. Aber dann kam glücklicherweise der Schock rein. Rob, Rob, Rob. Hallo. Wow. Ey, wir sind Zweiter. Oh, kommt die Blue Shell. Ja, cool. Und er hat eine Tröte, lass mich raten. Nein, er hat keinen Tröte. Und wir haben... Hm. Wow. Shit. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Und nein, doch nur das Einzelne. Verdammt. Jetzt kommen wieder 500.000 Rote auf uns drauf. Und dann hat sich das wieder... Wieder erledigt mit dem... Mit dem ersten Platz, oder? Bestimmt. Röppels-Item? Ja. Nein. Stimmt. Wir haben ja auch die Banane behalten. Löw. Die Bombe. Die Bombe ist eigentlich ganz cool. Wir werden echt Erster. Ha! Von wegen. Die machen das unter... Die drei machen das da unter sich aus und wir sind immer dahinter. Da, wo geht das? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Die Bombe ist eigentlich ganz cool. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, was die beiden Italiener und was der Schmutz wählen wird. 100%ig die Knochen trockenen Dünen. 100% in dem Steinblockruinen. Der Schmutzschirm... Ah, ne. Okay. Die Italiener... Also der eine mit den... roten, komischen Ohren. Was auch immer das sein soll. Das war doch auch einer von den Italienern. Ich weiß jetzt aber nicht gerade, wie das Mie von dem anderen aus war. Aber der Schmutz hat... Ach, Quatsch. Der Schmutz hat die auch nicht gewählt. Der Schmutz hat Vulkangräulen gewählt. Und es kommt per Zufall Tautshafenstadt. Okay, nehmen wir. Der mit der Sonnenbrille ist der... der... krassere... der krassere Italiener von den beiden. Aber dafür ist jetzt wieder ein Brite... ein neuer Brite drin mit 75.000 Punkten. Okay. War wieder zu früh, ne? Ah, ich hab nur mal kurz Gas losgelassen. Ah, dadurch haben wir... Oh no. Oh no. Den Start zwar nicht verkackt, aber auch nicht wirklich gut genommen wieder. Und das eine doppelte... Der fährt oben lang. Oben kürzer. Ja. Oben scheint wohl kürzer zu sein. Hätte die Rote schon werfen sollen, oder? Ja, jetzt haben wir eh noch eine. Aber wir hätten eine Banane hinten dran. Sollen wir... Ja, nee, jetzt kommt auf uns dieses Red, oder? Nee, kommt nicht. Okay. Cool. Wo ist unser Redschild? Unser Redschild fährt nicht den normalen Weg, sondern diesen rechten da neben den Schienen? Okay. Nein, nicht auf uns. Nicht auf uns. Uh. Das Redschild ist, glaube ich, unten lang und... Naja, da ist es. Ich dachte, es wäre unten lang gefahren und hätte uns überholt, aber... Wuhu. Ich hab schon wieder vergessen, mal den oberen Weg zu testen. Die fahren alle oben lang. Das wird oben wahrscheinlich echt kürzer sein. Verdammt. Der wollte schon den Windschatten von uns nehmen und hatte dann noch eine Green. Ja. Ja, ja, ja. Kuschel. Sehr gut. Ja. Drei Bananen. Sehr schlecht. Wir fahren aber auch nie hier lang. Oh! Jetzt haben wir wenigstens noch einmal die Chance von hinten aufzuholen. Was natürlich witzenklasse ist. Das bekommen wir. Und machen nur Scheiß. Und werden auch noch getroffen. Und dann wird es uns auch noch weggeschockt und der vor uns ist im Stern und bleibt groß. Ja, moin. Okay, die Strecke ist absolut verkackt. Aber absolut verkackt. Und dann wird es auch nicht mehr weit. Oh, wenigstens siebter. Komm, 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 komm. Immerhin siebter ist trotzdem drittletzter oder so, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Grasso rum.